A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahi rrahmanir rahim. Haben wir dir nicht deine Brust geweihtet und dir deine Last abgenommen, die schwer auf deinem Rücken lastete und deinen Namen erhöht? Und wahrlich, mit der Drangsaal geht Erleichterung einher. Wahrlich, mit der Drangsaal geht Erleichterung einher. Und wenn du mit etwas fertig bist, dann bemühe dich auch weiterhin und begehre die Nähe deines Herrn.